Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir waren gerade dabei, den Auftrag bei den Lunden abzugeben. Halt, erstmal Hund streicheln. Hallo. Gut, dann leg dich halt schlafen. Äh, ja. Bei, äh, jetzt hab ich einmal auf den Hund geguckt und schon bin ich verwirrt. Sehr schön. Nein, was wollte ich sagen? Wir müssen den Auftrag abgeben und dann müssen wir gleich den nächsten annehmen. Denn ich will ja in der Geschichte immer noch vorankommen. Hallo, Randy. Hallo. London steht uns bei und ist frei vom Orden. Gut, Heitam wird zufrieden sein. So, und wer weiß, vielleicht finden wir gleich wieder einen Auftrag, wo wir mit Sigurd, dem alten Gotteskind, zu tun haben werden. So, zeig doch mal her, hier. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Was haben wir denn hier alles noch schick? Guck mal, der Süden gehört fast uns. Hier können wir noch nicht rein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Was haben wir denn hier? 250 und 130. Also 130. Ja, na dann. Gehen wir nach Schubisch hier. Ich breche gleich nach Schubisch hier auf. Ich bin erleichtert. Er und Ivar sollten gerade in Quattford sein. Du findest es entlang des Safeharn. Wenn Ivar bei ihm ist, werde ich dringend gebraucht. Das Ivar ist super. So. Und ich gucke dann gleich mal, ob ich noch ein, zwei Gebäude hier freischalten kann, derweil. Machen wir gleich. Können wir irgendwo sehen, wie viel wir haben? Okay, wir können uns das auf jeden Fall leisten. Vierhof. Hatten wir irgendwas, was nicht der Fest war? Als Hütte der Seherin. Guck mal, die schaltet noch Visionsquests frei. Was ist das da hinten gewesen? Achso, das sind Ärzte. Carys Haus. Moment. Einmal umdrehen hier. Was ist das? Jagdhütte. Haben wir die nicht eigentlich schon... Ach nee, das stimmt. Wir haben die freischalten. Die Dinger mit der Cyan-Markierung. Da muss ich jetzt mal überlegen, wie die Farbe heißt. Bäckerei. Okay, dann würde ich sagen, erst mal... Eigentlich ist das erst mal egal, ne? Ich würde sagen, die Seherin trotzdem zuerst freischalten. Ups, falsche Taste. Weil die für später ja noch ein paar Quests bereithält. Und dann können wir ja gucken, ob wir noch genug haben. Um die anderen Festmahlverstärkungen mit freien zu schalten. Das hat nichts mit Kunst zu tun. Du weißt die Feinheiten eines bissigen Spots nicht zu schätzen. Besser verstehst du... Die beiden streiten sich auch so wochenlang, ne? Ich meine, die stehen ja jetzt schon eine ganze Weile. So, Seherin. Und die Seherin, Maika, kann dir dabei helfen, deine Sinne zu erwecken und tiefer in deine seltsamen Visionen einzutauchen. Naja, ich weiß ja nicht. Und wenn ich das richtig gesehen hab, war's das auch schon mit den Sachen, die ich mir freischalten kann. Hallo! Hier ist gar keiner. Verstreute Zutaten, Valkars, Wacholderbeeren, Barschkimen, Krallen einer weißen Taube, roter Lehm. Welche düstere Zeder. Von der Zeitung. Okay, denn ich glaube, ich hatte nur 1300 und kann jetzt nichts mehr freischalten. Überrasch doch. Gut, dann können wir auch weiter zu Haithan, der hier oben ist. Guck mal, da haben wir gleich was in der Nähe. Das ist ja wunderbar. Steinbjörn, eines der mächtigsten Geschöpfe, die je auf der Erde wandelte. Steinbjörn kann nur von den Mächtigsten aller... Das hab ich nicht so schnell lesen können. Okay. Immer schön alles einsammeln, gib Geld. So. Kann ich hier mit dem Wolf lang? Ja, oder? Das läuft ja super. Okay, wie weit sind wir denn weg? Ah, einen halben Kilometer. Das ist ja problemlos. Hallo. Hupala. Ich dachte, der holt die Axt raus oder so. Ich dachte, jagen auf dem Reittier wäre was Schönes. Aber der kickt ja einfach nur die Tiere des Waldes. Voll fies. Okay. Der ist bestimmt da drin, der junge Mann. Hallo. Achso, du bist nur so eine Steinmeisterin. Was kann man denn hier machen? Achso, das hab ich ja alle schon. Ja, das war's. Ciao. Wir sehen uns später. Okay. Okay, der ist erst da oben. Dann juckeln wir da mal kurz hin. Und gucken mal, was der so Schönes zu sagen hat. Warum weint der denn? Äh, da oben. Das riecht so gut. Komm, Junge. Du könntest kein Lamm abwehren. Komm schon. Meine Schulter tut weh. Ich hatte den Typen echt lieb, ne? Nicht so. Gar nicht schlecht, Bursche. Sei wilder. Dreckiger. Hau mir in die Eier. Eva, willst du den Jungen ausbilden oder quälen? Bei sowas sind die Übergänge fließend. Eivor, sei gegrüßt. Du hast also meine Nachricht rechtzeitig erhalten. Unsere Verhandlungen mit den Bretonen haben noch nicht begonnen. Ich werde an deiner Seite sein, wenn es losgeht. Sollte ich vorab etwas wissen? Der ehrwürdige König Rodri ist hier. Mit ihm führe ich die Gespräche. Rodri will unbedingt Frieden, seit wir seinen jämmerlichen Bruder gefangen haben. Guriath. Der Name klingt, wie wenn man Rotze hochzieht. Guriath ab Mervin. Rodri wartet bei der Kirche in der Nähe. Wer vertritt Schrobisch hier bei den Gesprächen? Der letzte Aldermann wurde im Kampf getötet. Bischof Diorlav springt ein. Bis wir diesen grünen Schnösel eingesetzt haben. So wünscht es sein Vater. Die Vorstellung, einen Schier ganz allein zu führen, ist schon etwas, etwas beängstigend. Pass auf Eva auf. Ich würde sagen... Darüber kannst du dir Sorgen machen, wenn du Aldermann bist. Bis dahin können noch zu viele Dinge schief gehen. Mein Vater glaubt, ich wäre bereit dafür. Ich will ihn nicht enttäuschen. Als zukünftiger Aldermann solltest du bei den Gesprächen auch mitreden. Aber mit Demut. Rodri ist ein König. Und er wartet, als solcher behandelt zu werden. Rodri wird wollen, dass wir niederknien und den Rosenduft aus seinem Arsch schnuppern. Ich kenne den Mann. Ach ja? Wir haben gekämpft. Dieses Andenken ist von ihm. Vielleicht kann ich ihm eins zurückgeben, damit er weiß, warum er mich Königstöter nennt. Vielleicht solltest du dich zurückhalten, Eva. So führt man keine Friedensverhandlungen. Ich hätte euch beide gern dabei. Als Stützen und um mich einzuschätzen. Dann gib uns dein Wort. Dein Schwert bleibt in der Scheide. Dass ich nicht lache, Evo. Wir wissen beide, wie viel mein Wort wert ist. Aber ja, ich werde dir das Reden überlassen. Wahrscheinlich. Hervorragend. Nun denn, auf zur Kirche, oder? Unsere Gäste warten. Das Buch der Drachen. Eva ist aber auch ein Haudegen. Mann, 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 Mann. Es ist nicht weit, am anderen Ende des Dorfes. Wir sind mit den Bretonen seit bald zwei Jahren im Krieg. Die Bretonen hatten die Oberhand, bis meine Berserker und ich sie aufmischten und Rodris Bruder verfolgten, bis sie an einem Graben landete. Deshalb will Rodri jetzt kriegen. Das verdanken wir Ivar. Wie ich mich freue, ihn winseln zu sehen, die alte Eiche. Viel lieber würde ich sie natürlich fällen. Es würde meine Legende besiegeln. Deine Legende? Als Königstöter. Nicht alle entkommen, so wie Pogred. Wolf mal. Wahre den Frieden, Ivar. Was ist aus deinem Gockel von Bruder geworden? Ach, mein Bruder. Wir trennten uns. Sein Weg ist unklar. Du solltest diesen Tauge nichts besser hinter dir lassen. Ja, ich weiß ja nicht, ob das auch eine gute Idee ist. Es wird schon früh genug zu einem Konflikt mit ihm kommen. Was? Das war's. Da hätten wir auch hingehen können. Die armen Pferde. Voll sinnlos. Wollen wir? Warum versteckt ihr euch beide in dem Busch? Was habt ihr vor? Unser Bischof Jorlaff und König Rodri sind bereits in der Kirche vor uns. Diese christlichen Häuser, alle so kalt und hart. Und dennoch ist es darin warm. Jesus Christus, ein König Rod, Bischof Jorlaff und mich selbst. Auf seinem Grund wird Frieden geschlossen. Ihr alle, ihr Briton-Teiglinge, erstickt! Na dann, Rainer. Hauptmann Ünir, erläutere dem guten Bischof unseren Standpunkt. Ja, mein Herrscher. Bischof Jorlaff. Wir hören uns keine Friedensangebote an, solange uns Gurriot nicht übergeben wurde. Der Bruder des Königs ist... Der Bruder des Königs ist ein stinkender Haufen Kuhscheiße. Du, dein Gesicht, dein Gestank. Ich kenne dich. Ivar, den man den Knochenlosen nennt. Hast du diese Narbe nicht mir zu verdanken? Und ab. Und ich werde dir auch eine Narbe verpassen, du Pisspott. Mitten durch deinen fett triefenden Schädel. Genug, alle beide. Mein Herr, das ist Cheolbert, der kommende Aldermann dieses Schiers. Und Sohn von König Cheolwulf von Mercia. Dieser Frischling? Aldermann? Du kannst ja nicht mal allein pinkeln, Bursche. Na, na, beruhigt euch doch. Zeigt etwas guten Willen. Ihr kennt meine Forderung. Solange mein Bruder Gurriot nicht frei ist, kann es keinen Frieden geben. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Er ist beim Wegrennen die eigene Klinge gefallen. Bald helfe ich dir, in deine zu fallen. Rodri, bewahre einen kühlen Kopf. Es ist zu unser allerbestem, Frieden zu schließen. Erst mein Bruder. Erst dein Kopf auf einem Spieß. Dann lasse ich den Wicht laufen. Rodri, nein! Es reicht. Dies ist ein Haus Gottes. Geben wir uns kurz Zeit, um uns wieder zu sammeln, ja? Eivor, zu mir. Ich kenne dich nicht gut. Aber Cheolbert hält dich für einen besonnenen Kopf. Genau das brauchen wir jetzt. Es könnte zu spät sein. Die Kriegskrähen sammeln sich schon. Ich habe eine große Menge Silber. Rede mit den Leuten hier. Wenn Silber jemanden überzeugen kann, Frieden zu wollen, dann biete es ihm an. Ja, hat ja super geklappt mit Ivar, der mich sprechen lässt. Das, ja. So. Was sagst du? Die Verhandlungen stocken. Vielleicht sind sie zwecklos. Keines Auge. Du wirst schon nach Aldama. König Rodri. Was gibt es, Dana? Ich will uns zufrieden verhelfen. Ich rede nicht über Frieden, solange mein Bruder Guriad nicht frei ist. Wenn du erst dem Frieden zustimmst, bekommst du ihn zurück. Würde etwas Silber helfen, diese Kröte zu schlucken. Mich kann man nicht mit geplündertem Silber kaufen. Geh fort. Na dann. Hab ich nicht gerade fokussieren gedrückt? Vielleicht sollte ich erst mal mit Ivar quatschen. Mit dem Hund. Eva. Die Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist. Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich hab dir gesagt, ich kenne diesen Arschling. Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen. Ja. Wie viel Silber habe ich überhaupt bekommen? Wo steht denn mein Silber? Bin ich blind, dass ich das nicht sehe? Achso, warte mal. Ist das hier ein Beutel? Ah, okay. Alter, das war ganz schön teuer. Wie viel hat er mir gegeben? Oh, wer bist du denn? Du bist Guriad, nicht wahr? Der Bruder von König Rodri. Ja, eine geschlagene Figur in eurem blutigen Spiel. Wie stehst du zu deinem Bruder? Mein Bruder liebt mich sehr. Und doch ist er langsam und stur. Wäre ich König, hätte ich einiges anders entschieden. Was, wenn du es sein könntest? König? Ich würde die Gelegenheit wahrnehmen. Aber man braucht Reichtum, um einen König zu stürzen. Um die Edelfreien zu überzeugen, du verstehst? Ich will nichts versprechen. Doch vielleicht könnte ich das Silber auftreiben, das du brauchst. Unter welcher Bedingung? Stoße Rodri vom Thron. Ziehe alle bretonischen Soldaten aus Schrobisch hier ab und überschreite nie wieder diese Grenze. Wenn du es ernst meinst, gehe ich diese Abmachung gerne ein. Ich überlege mir das mit dem Silber. Ich erzähle Bischof die Orla, was ich hier rausgefunden habe. Okay, der Bruder würde also selber gerne König sein. Interessant. Und du? Ja, genug von dem Schwachsinn. Wir müssen leben, du! Sag mal, ich gebe mein Geld zurück. So ein Arsch. Eivor, mein Freund. Ich habe mich umgehört, wie du wolltest. Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ich habe Ivar das Silber gegeben. Dafür versprach er, Ruhe zu bewahren. Ich habe Ivar noch nie ruhig gesehen. Rodri! Ich sehe, wie du mich verhönst! Ich fordere dich zum Zweigamt! Ivar, der Knochenlose! Der Rückgratlose! Der Zahnlose! Der Mutlose! Du kannst mich nicht töten! Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seher es meist sagten! Und dein Bruder schützt dein Schicksal ihn auch? Ähm... Das ist jetzt aber schnell eskaliert. Beim Allmächtigen ist ja... Bringt ihn in Sicherheit! Los, schnell! Tötet den Knochenlosen! Tränkt diese Kirche mit seinem Blut! Tötet den Knochenlose! Ich frage mich, ob das ja auch hätte anders laufen können Alter ich habe doch ausgewichen Na tolle Wolle Ich bin noch ausgewichen Vielleicht sollte ich mir die Heilung mal irgendwie auf eine Maustaste legen Dann käme ich da schneller ran Oh nein Ich erzähle Bischof dir Warte mal, kann ich? Es würde mich echt interessieren, ob das vorher geht Weis, wie so ein Speicher wird Spiel habe ich dann Ich lad mal den Ich geh nämlich fast davon aus, die Eskalation wird trotzdem so stattfinden Hä? Das war ja genau der gleiche Speicherstand Spiel, mob mich nicht Ähm Dann das hier Und vor allem möchte ich auch noch mit den anderen reden eigentlich Da war Wieso macht er das Spiel da 18 Speicherstände Das ist doch Ist das dasselbe? Ich nehme jetzt das hier 15, eine Minute vorher Ich habe doch nicht eine Minute mit ihm gequatscht Ladebildschirme Yay Okay, das war jetzt genau nach dem Video Sehr schön, das heißt wir Quatschen jetzt noch mit ein Hallo Die Verhandlungen stocken Vielleicht sind sie zwecklos Keine Sorge Du wirst schon noch alter Mann König Rodri Ja, 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 das hatten wir schon Ich will das ja nicht zu lange hinaus zögern So, wer bist du? Du gehörst zu Rodri, oder? Zu seinen Beratern? Das ist richtig Ich bin Üni Abkatwach So sprichst du mich an Sag mir Soldat Hast du Einfluss auf deinen König? Er fragt mich bei jeder Entscheidung um Rat Wenn ich Krieg vorschlage, stimmt er zu Spreche ich mich für Frieden aus Folgt er mir Wir wollen Frieden Könnte man dich mit Silber überzeugen In diese Richtung auf deinen König einzuwirken? Ein Sack mit Silber? Für mich? Ja, mag sein, dass mein Rat an Rodri sich durch eine gewisse Menge Metall beeinflussen ließe Ja Okay, da denk ich jetzt aber nicht mal erst nach Du bist ein weiser Krieger Mag sein, dass ich genug Silber auftreibe Und nun geh scheißen und sag mir, was dabei herausgekommen ist Nett Wie wärst du, wenn du die Schnauze hältst? Ewa Türen verrammeln, das verschwitzte Schwein aufschlitzen und gut ist Könnte ich dich mit Silber besänftigen, während wir nach Frieden suchen? Frieden? Glaubst du wirklich, dass es dazu kommt? Ich hab dir gesagt, ich kenne diesen Arschling Würde Silber dich beruhigen? Vielleicht, vielleicht auch nicht Ich müsste das Silber in meiner Hand spüren, um das zu wissen Nein Wenn es Silber geben sollte, denke ich darüber nach Ja, mach das Das Problem ist, ich gehe fast davon aus, dass er ihn ihn trotzdem tötet So viel Angst Herren, wollen wir nicht den Zorn überwinden und zu einer Einigung kommen? Was sind Rodris größte Bedenken? Der Krieg hat die königliche Schatzkammer gelehrt Dadurch steht Rodri bei jeder Entscheidung unter großem Druck Wenn ich euch einen wahren Silbersegen verschaffe, hielte das deinen Mann vom Krieg ab? Eine vollere Schatzkammer könnte meinen Mann tatsächlich friedlicher stimmen Falls so ein Segen kommt, ziehe ich es in Betracht Ich gehe fast davon aus, dass der Krieg unausweichlich ist Was ist das hier? Ja, genug von dem Schwachselten Brief an Cheowulf und Bischof Geschätzter Bischof, es ist mein Wunsch, meinen Sohn Cheowulf als Aldermann von Chobody einzusetzen Allerdings ist er jung und unerfahren, deswegen bitte ich dich, meinen Werten Bischof als Aldermann zu walten Und diesen Amt so lange auszuüben, bis mein Junge zu einem Mann herangewachsen ist Dann mögest du dich wieder zu deinen von Gott auferlegten Pflichten widmen Cheowulf, König von Mercia Okay, jetzt du Das hatten wir doch schon alles Ich will nicht unter welcher stoßen Okay Und jetzt kann ich mit ihm reden und nach seiner Meinung fragen Also ich speichere jetzt mal einen Moment Ich brauche ja gar nicht, F5 geht her, haha So Eivor, mein Freund Ich habe mich umgehört, wie du wolltest Hast du eine Entscheidung getroffen? Wem hast du das Silber gegeben? Ich habe mich noch nicht entschieden Bitte verliere keine Zeit Ja, das ist an sich richtig Sie oder ihm? Ihm finde ich kacke, ich nehme das ja Werte Herren Das Silber, von dem du sprachst, würde den Frieden vorantreiben Lady Angarat, nimm dieses Silber Tu, was du kannst, um deinen Mann zu besänftigen Das werde ich Das Königreich Gwyneth dank dir Ich erzähle Bischof die Orla Versicherung Eivor, mein Freund Ich habe mit mehr Leuten geredet Und hast du dich endlich entschieden? Ivar wird immer ungeduldiger Lady Angarat wird mit dem Silber die königliche Schatzkammer füllen Das wird Rodri besänftigen Ah, eine wirklich weise Frau Rodri, ich sehe, wie du mich verhönst Ich fordere dich zum Zweikampf Ivar der Knochenlose Der Rückgratlose, der Zahnlose, Mutlose Du kannst mich nicht töten Ich sterbe durch einen Drachen, wie die Seer es weissagten Und dein Bruder schützt dein Schicksal ihn auch? Guriath! Beim Allmächtigen ich... Bringt ihn in Sicherheit, los schnell! Tötet den Knochenlosen! Trägt diese Kirche mit seinem Blut! Ich habe es fast geahnt Was? Ivar! Was hast du getan? Ich habe es nicht görd 32. da habe ich aussehen über das ding an den kopf gehauen ich schon wieder du hast den frieden zunichte gemacht dass ich nicht vom frieden täuschen bursche das ist nur die kurze stille zwischen zwei achstheben mein gott was für ein massaker wir haben keine wahl wir müssen uns den weg freikämpfen ein guter test für dich junge vergib uns bleib bei mir geolbert deck mir den rücken und ich ziehe die messer aus deinem gütiger gott bleib hier wo es sicher ist bischof der iwane ich meine ich mag ja seine raue art und so aber das war vielleicht ein bisschen kurzsichtig aber egal das werden wir erst in der nächsten folge sehen denn wir sind schon bei 27 minuten auch wenn es ein bisschen gedauert hat wegen dem laden aber trotzdem und da sage ich schon mal vielen dank fürs zuschauen hoffentlich bis zum nächsten mal und bis dahin gehabt euch wohl und bleibt gesund